Hallo und ein herzliches Willkommen hier im Zockerstübchen. Heute spielen wir eine Runde Dead by Daylight. Ich persönlich freue mich schon, habe mich schon sehr auf dieses Spiel gefreut und jetzt geht's los. Wir werden oder wir müssen natürlich die Generatoren machen. Oh scheiße, jetzt habe ich die Krähe aufgescheucht. Okay, haben wir schon mal einen Ausgang gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Okay, da vorne ist ein Generator. Sehr gruselig auf jeden Fall die ganze Geschichte. Oh, da ist gerade irgendwas verschwunden. So, mal hoffen, dass wir sie nicht verkacken, so durch die letzten Male. Ah, oh Gott. Das Spiel ist schon echt geil irgendwie. Oh, da liegt schon, oder der erste schon gefunden und angehittet. Das ist natürlich schon sehr geil, ja? Noch mal Fähigkeitschecker oder so? So, hier scheißen wir mal ganz kurz auf die Krähen. Da müssen wir uns nämlich ein bisschen auf den Weg machen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin geliefert. Ich bin ganz schön am Arsch, ja? Aber ich sehe hier den nächsten Generator. Kannst du bitte wieder gehen. Okay, den haben die schon zum Laufen gebracht, ja? Ich denke mal, der hat die Krähen zurückverfolgt, die ich, ähm, aufgeschreckt hab. Okay. Das war gut. Na, da kämpft. Ich hab mich jetzt mal geoffert. Damit er den anderen runter... ...helfen kann. Und gleich kann ich mich ja noch befreien. Ist denn das die Möglichkeit? Ist denn das die Möglichkeit? All right. All right. Das war doch alles noch. Das war bitte. Und weiter geht's. Wir reparieren weiter. Wir müssen. Wir wurden schon wieder entdeckt. Von der Guten. Oh. Ich mag die überhaupt nie. Oh, oh. Scheiße. Ich vergesse jedes Mal, dass ich diese scheiß Krähe. Lass mir das Genick brechen werden. Motherfuck. Komm, geh vorbei. Geh vorbei. Kämpfer jetzt bei den Typis, um sie einfach bloß uns alle zu down. Geh vorbei. Okay. 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 Oh, CT auf. Ja. Geh. Oh, das ist der Typis. Ay. Oh. 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 So, die würde jetzt am Mauerausgang campen. Höchstwahrscheinlich. Shit. Okay, dann gehen wir zum anderen Ausgang, würde ich sagen. Wir halten uns ein bisschen von den Krähen fern. Dann soll das alles auch kein Thema sein. Oh nein, jetzt ist der Typ... Warum gehst denn du nicht zum anderen Ausgang, Mann? Ich bin am Arsch, wenn ich da hingehe. Da würde jetzt campen. Fuck. Tut mir leid. Ich kann das nie machen. Ja, bin ich tot. Das bringt mir nix. Das tut mir leid. Die anderen sind nur einfach gegangen. Oh ja, da haben wir schön Punkte gekriegt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Es gibt nochmal ordentlich Points. Jawohl, ja, geil. Okay. Ja, meine Freunde. Ich würde sagen, wir lassen das heute mal bei einer Runde. Für die erste Folge. Ist doch eigentlich ganz angenehm. Wir können ja hier noch ein bisschen was freischalten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt von Dead by Daylight oder sonstigen Sachen, die ich so gerne mache, dann könnt ihr mir auch gerne ein Abo da lassen. Da würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und ja, was bleibt uns jetzt wieder nur zu sagen, außer, äh, tschö mit Öl und reingehauen. Und ja, was bleibt uns jetzt noch ein Abo da lassen. Und ja, was bleibt uns jetzt noch ein Abo da lassen. Und ja, was bleibt uns jetzt noch ein Abo da lassen. Und ja, was bleibt uns jetzt noch ein Abo da lassen. Und ja, was bleibt uns jetzt noch ein Abo da lassen. Und ja, was bleibt uns jetzt noch ein Abo da lassen. Und ja, was bleibt uns jetzt noch ein Abo da lassen. Und ja, was bleibt uns jetzt noch ein Abo da lassen. Und ja, was bleibt uns jetzt noch ein Abo da lassen.